Okay, da seid ihr ja endlich. Am besten ihr hängt den Scheißkerl an einen Fleischerhaken. Hast du gehört, Frankie? Ich hab noch andere Rechnungen offen. Ihr drei kommt mit. Na los! Hängt ihn an den Haken! Komm, John, kommt! Ich werde dich! Weißt du, Richie ist ein böser Junge. Meine Freunde können ihn nicht leiden, deine Freunde können ihn nicht leiden. Verstanden? Du hängst bei den falschen Leuten rum. Ach, scheiße. Dauer, jetzt bist du wert. Das würde ich nicht machen. Warum willst du mich umlegen? Hey, was hast du denn gegen mich, Alterchen? Ich bin doch ein netter Mensch. Schöne.